So, da sind wir wieder. Ich hatte Pause und jetzt beginnen wir mit dem Jahr 4. Hm? Hm? Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da sind wir schon! Hey! Ja, 4! Wow! Yeah! Total ausrasten! Jetzt mal Mädchen-Power! Ja, man hat's wohl gemerkt, ich habe jetzt das Spiel auch noch ein bisschen da so gemacht. Weil, wenn das jemand gesagt hat, ich soll das so machen. Oh, ich zieh da an! No, stop! Komm schon! Daneben nicht! Und wir müssen jetzt gerade unsere Geschwisterten und Freunde und Papa und... Ne, nur Papa! Komm, die Mutter nicht. Ich weiß nicht. Ähm, außerdem, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt checkt, aber das sollten so die... Äh, ja, wie... Die Weltmeisterschaften von Quidditch. Sollte das ganze Getubel hier sein. Aber hey. Ja, ich hilf gerade dem Bösen! Das Zeug hätte kaputt können. Oh, cool! Okay, der... Ja. Kann ich den Bösen brauchen? Oh, krass. Hätte sein können. Oh nein! Ähm, ich weiß nicht, wohin ich laufen soll, ohne dass ich gleich so... ...zu viel... ...in der Geschichte fortfahre, weil... ...hier gibt es eher weniger mal Pfeile, die hier die Richtung anzeigen. Und ich will eigentlich nicht... ...gleich... ...alle schon... ...also, durch die Geschichte durchrushen. Oh ja. Und das auch? Ja. Oh, da kann man nach hinten! Oh! Da nicht mehr. Na gut! Ah... Ich hoffe, es ist jetzt nicht Zulauf. Übrigens, so. Ja. Ah! Verstören! Oh! Das stimmt. Haben wir nicht. Ähm... Halt, stopp! danke gibt es ein bisschen mehr geld weil ich glaube man muss ja die charaktere auf freischalten nicht nur frei spielen und das muss man vielleicht auch die anderen die spielen war das manchmal so seit wann spiele ich hermine habe ich mal gewissen Hast du das hier? Haha. Scheiße. Nein! Okay, da ist der Typ. Ey, du. Ey, du. Ach, den müssen wir holen. Das ist, glaub ich... ...Rum? Hier, Tindra. Wieso, kann ich hier ein Hof hin? Egal. Nee, du. Kann ich hier reinkommen? Okay. Hier geht nichts mehr. Gut. Ah, doch, es geht. Danke. Hier, doch. Okay. Ja, du bist ultra böse. Ich weiß gar nicht, wohin rennen. Gibt so viel Zeug. Ich glaub, ich renn mal da hinten hin. In der Hoffnung, dass es, äh... ...nicht unbedingt der richtige Weg ist. Natürlich. Natürlich. Ich will immer... ...eins zerstören. Ich brauche hier statt. Einfach nach. Oh, da hab ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Okay. NOOOO! Das geht. Das geht. Ich hab nicht mehr auf dem einen. Einfach dabei. Komm, ja. Hä? Jetzt kann sie das spüren. Okay. Jetzt kann sie das spüren. Es geht. So. Oh, was ist das? Achso, du bist einfach so aus der Zeitgeister. Gut, gut. Ich hab nix gesagt. Okay. Hey, du. Das ist alles. Schlange tut jetzt. Die Schlangen im Korb sind schon ein bisschen unnötig, irgendwie. Die machen ja doch nix. Okay, ich lauf falsch. Entschuldigung. Ich, äh, ja, ja, ich bin einig. Wir müssen das sowieso ja mindestens zweimal noch machen. Das ist ein böser Magier, das hab ich jetzt unterdessen mal nachgelesen. Da eigentlich diese... Schwarzen... Dinger kaputt machen kann, oder... Aufheben, oder was auch immer. So... Weißt du, was das Hunger hat, anscheinend? Hier können wir vielleicht wieder einiges machen. Du bist dann böser? Du bist dann böser? Äh... Hermine, hast du deine Katze? Natürlich hast du... rumbeinerwein. Ist auch nicht... Im Ernst? Okay. 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 Echt? Ah ja, niedlich. Ähm... Ich, ich bin wieder Hermine. Das ging schon gut so. The Bump! Hey! Der böse Typ! In Forge! Da hat's was, aber da kommen wir nicht hin. Außer... Wer ist der alte? Der alte Lehrer? Kann der was machen mit dem Buch? Nein? Okay. Na gut. Na gut. Ähm... Was gibt's denn hier? Einen Zaubertrank. Hm. Was ist da? Weiß nicht mehr, was das war. Viel Zaubertrank? Nein. Einen. Höy, Höy, Höy. Höy, Höy, Höy. Höy, Höy, Höy. Tannenbaum hochzi. Päntchen. In das hat... Oh. Okay. Ich glaub das wär für dahinten, oder? Moment mal. Das ist... Und... Ich brauch kalt Trank. Ich möchte da durch. Wieso kann ich nicht da durch? Wie? Dann eben nicht. Okay, was braucht den Ding? Den dann... Wir ziehen den wieder hoch, dann ist alles gut. Äh, ja. Gute Frage. Äh... Achso, okay. Hm. Gut. Wenn man das so machen muss. Und jetzt? Oder... Kann... Kann... Nein. Wollen wir Papa haben? Okay, jetzt ist äh... Erstmal tatsächlich mal ne... ne kleine Schwelzel. Was sind die anderen beiden? Was schieß'n der an? Wir geben auch die kaputt. Interessant. Wollen wir den das nehmen? Wollen wir den das nehmen? Nein. So macht man die kaputt? Nein. Wie dumm. Oh, ich bin so doof. Hör... ... Wollen wir ihn nicht so far? Oh, ich bin... Oh. Oh. Oh? Oh? Oh. 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 Ich wollt nur sagen, da waren noch Sachen, die ich äh... zerstören hätte können. Ich find das sehr gemein, dass die für mich nicht herrschen waren. Naaay! Naja, da nehmen wir mich. So blöd. Ich hab jetzt echt lange gebraucht dafür, bis ich gecheckt hab, wie man diese Bücher kaputt macht. Ich dachte, das wär irgendwie ein roter Zauberspruch. Immerhin sind die ja auch selber rot. Aber dann endlich! So. Ja, genau. Toll. Oh, ich hasse die. Moment. Moment, eine Spinnenbebe! Ja! Erstmal alles zu stören. Befeier dich, alter Mann! Yay! Ähm... wie krieg ich... ach ja. Okay, da war was. Nein, was von... Was von in der Ruhe? Auch hin zu modden! Amine! ganzen Filme über immer! Unglaublich! Sorry! Achso, wir müssen fünf Leute retten! Ich dachte, das wär wieder was mit den Feuern. Oh, ein Kopf! Etwas! Echt! Das reicht schon. So nah muss da auch nicht hin. So, da ist es los. Yay! Oder Saburo. Ähm. Ja. Und jetzt... Achso, da fehlt ein Rad. Ähm. Ein Rad. Oh Gott. Oh! Man kann es ja auch echt nicht vor der Hand tragen, dass ist einfach viel zu schwer. Es geht einfach nicht. N illustrates that! Halt's noch im Kopf. Ein Hackeblein. Ein Schlinge. Oh, ein Halt hat es gelettet. Harry ist einfach immer in Gefahr, oder? Soll wir da ein Zauberzauber? Irgendwo? Ich... hier... irgendwo? Okay. Da gehen wir nicht. Und ich weiß, ich hab ähm... da hinten... ein paar... ...dott überchen... ich hab's einfach jetzt... da gelassen. Ah. Ich muss mich verarschen. Auch das versteh ich manchmal nicht, wieso es nicht einfach funktioniert. Hierfür bin ich einfach noch mal zu doof. Und das weiß ich. Oh... Okay. Es fehlt noch einer. Wo ist der Letzte? Die sind Zauberenhelfern. Weil sie... selber zu doof sind. Oh, da unten ist was. Okay. Komm bei. Hol mal. Das gab jetzt einfach nur was dazu. Okay. Gut. Toll. Schön. Kannst du bitte... Achso. Ähm. Wie tue ich das? Wie? 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 Ähm. Ähm. Hm. Wie? Das Ding? Okay, ich fühl mich blöd. Ich äh... Danke. Danke, Ron. Wenigst du kannst das. Oh, oh! Was gibt jetzt? Oh, my god. Carsten, run! Ah, ich fühl dich so. Carsten, run! Oh, das ist Carsten, run! Das ist nice! Oh! 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 Wie? Schon wieder vor dem Spiel. Ja hi! Ist halt sehr toll. Aber... Warum? Ich... Ich weiß nicht was... Schon einfach, äh... Tauchballern, oder? Ja. Ich bin Ron Weasley! Mein schlimmster Erdwein! Nein! Und wie mach ich jetzt das irgendwie? Was? Oh einer! Ich bin Hermione Granger! Schon wieder! Au! Wo ist die Schlange? Mann! Nein, komm schon! Ist das alles, was du hast? Ja! Oh! Oh! Ja! Wahre Zauberer, hey! Ja, ich bin abgeschlossen, wahre Zauberer. Ich kann grad nicht klicken. Hey, Geschichte fortsetzen! Gibt's gleich wieder, Video-Vateria. Ja.